Ja und vorher kommst du ja auch in die öffentlichen Gruppenkampfer ja immer rein. Ja, das mit der Gruppe ist ein bisschen sinnlos. Nur um einen Chat zu starten. Ja, das Ding davor ja auch ohne Ende. Hallo. Hi. Hi. Hm. Keine Ahnung. Ich glaub schon, dass das geht. Hm. Geht alles. 200.000. Nein, Twitch nicht, aber Prime Gaming. Ja. Dingsrums hat das Spiel verlassen. Markus, jetzt find doch mal eine vernünftige Lobby für uns. Ein Wort in Gottes Ohr. Holzleitung, wa? Echt gar nix. Boah. Würde ich gleich mal anrufen. Okay. Ja, das sieht doch von dir in ihrer Seite aus. Sehr schön. Asylkene, sobald man etwas gekündigt hat. Nee, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Du bist. Okay. Ja, das wäre schön. Wie ist das für mich? Ist das für ein Auge? Und wenn es für eine Auge ist, ist das ein Auge? Und wenn es dir in der Auge ist, wieder schön der ist tot der ist tot ach ich lieb die lokum die macht doch nichts nicht satellite funk und der läuft eigentlich bisher bis auf wenige ausnahmen immer reibungslos das geht hier in das normale telefonnetz wird das eingespeist das wird dann an eine funkstation die hier irgendwo ist übertragen und dann weiter geschickt ja aber ich sag mal das ist ja auch ein gutes geschäft für die gewesen es ist ein netzwerk fehler aufgeschrieben sodass ich bin doch noch live auf twitch ist hat aber finde ich cool hier laufe ich schon drei minuten rum da kommt das da erst an mein gott muss doch mal losgehen hier ich habe mir die aufzeichnung bei dir angeguckt von samstag glaube ich ich habe erst gedacht dass das von samstag war weil ich man hört sich ja immer selber nicht von der stimme so richtig ich dachte ihr das gestern vielleicht aufgenommen oder falls ihr gespielt habt oder so ja ich habe auch gedacht dass ich schon gestern und dann denke ich das bin ja ich das ist meine stimme hört sich aber voll schlecht an ich glaube das denkt sich wohl jeder ja ich bin auf der suche sind wir nicht alle auf der suche nach dem also ich höre schon raketen einschläge markus höre ich wieder ganz schlecht denke ja der metallisch ne der kam jetzt ein bisschen metallisch durch aber das ist seine tolle neue internet leitung wahrscheinlich ich habe ein ich bin alleine ja boah das wäre jetzt gewesen wenn ich jetzt auch alleine gewesen wäre der markus hört sich an wie so ein roboter neue sitzung finden ich bin nur aus dem chat rausgegangen und wieder rein dann ging es wieder warum streamste auch weil du ein scheiß internet hast ich weiß nicht gleichzeitig streamen und gucken ist wohl nicht so der bringer hier aber marcus hast du es ausgestellt dass man deine stimme hört wenn das aufgenommen wird achso jetzt erstmal weg nö hat er nicht ja weil man hat ihn im chat also bei dem wie du nicht gehört was du aufgenommen hast ja ja weil er ja die ganze zeit nicht da war achso du weißt doch diese probleme stimmt das war ja richtig besser wie vorhin noch nicht perfekt aber besser der kommt nicht rein der tb da nicht geladen wird da muss man einladen da muss man einladen überhaupt zeigen hier achso der geht automatisch in den nicht übertragungsmodus nicht mehr und das ist doch wunderschön habe jetzt gesehen hat bei der aufnahme Wie fährst du weiter? Und 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 nein das wird kein Auto, NEIN weiter 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 Quant Quant Boah Bahama Mamas hab ich jetzt Juhu 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 Das, ne, das hat die Scheißzeichen verhindert Oh Gott das war Boah ich niete dich um, komm her Du Sau Boah Ja eigentlich bist du doch der Erzfeind von jedem oder? Ja Hm, stimmt Moment mal Dann müssen wir ja bei dir weitermachen, wa? Bei dir Privatparty, ich schreibe Privatparty, dann ist keine Pri... Also ich kann... Freigetreten Hm 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 Ja Ja Da muss er doch ein, dann ist er doch drinnen normalerweise Äh, Simon hat zu Gebeter runtergeladen Also, na, Simon, äh Na, ich glaub er nicht, ne Für mich ist ein kleineres Ja, es ist kein kleineres Ja, aufbauen kann man Wie, was das wäre? Ja Wenn du so 1, 2 oder 3 musst du dich doch nennen, Mann! Waren wir zu hart. Wie schließt jetzt dein Leibwächter? Okay. Jetzt ist er da. Wie ist dein Leibwächter? Ja, aber, naja, er kann deinen Chat nicht rein. Kann den denn einer einladen? Na, kann man nicht. Musst du sagen, sei doch froh, dann hörst du Markus nicht. Ja! Blöd Wenn du irgend jemanden einladen kannst Nach Party Aber Fischli steht bei mir beigetreten in dem Chat Das war's. Markus dreht am Rad. Ist eigentlich irgendwas über eine Präsentation von Sony oder so? Ich hab nur geschrieben, komm vorbei, du hörst Markus nicht. Ich bin noch nicht hochgeflogen. Mein Gott, lass den doch mal in Ruhe. Wer? Bestimmt Fischli. Also ich bin mit dem Auto unterwegs. Machen wir jetzt den Überfall zu viert? Ja, natürlich. Wir machen jetzt extra schwer. Naja, ich mein, wir werden zu 15 sein. Naja, ich mach was anderes. Alles gut. Okay. Der hält uns die Sitzung frei. Ne, ich sag mir mal ein paar Kisten für mein Lager. War möglich, ne? Doch, das funktioniert. Weil du hier in der öffentlichen Sitzung bist und wir sind dabei. Das wird dir als Feind angesehen. Also weiß ihr, dass ich euch dann jagen kann, oder was? Ach, wir fangen schon an. Haben wir denn schon alles? Ja. Echt? Echt? Das haben wir echt alles geschafft? Wir wollten doch letztes Mal nur nicht mehr anfangen, weil es schon 10 war. Ach ja, weil wir ja so lange brauchen werden. Es kann nur Katastrophe werden. Schwerste Panzerung kaufen? Ja. Boah, Fischli hat aber vorgelegt. 240? Hm. Hat der schon die Muskelvorsprung? Ich glaube nicht. Ich war doch mal näher dran, meine ich. Personalraum. Okay. Ja. 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 Ja, прошli, mal. Oh Gott. Dann höre ich dich gleich auch nicht mehr, aber warum sag ich da? Oh Gott. Na vom Level her. Der, der das verstehen möchte, der versteht das bestimmt. Fisch, muss auch noch auf bereit gehen, du noch mal, so, ok, also, also Trich finde ich ja schon toll, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar, ja, 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 irgendwie, betrate 3329, ja, naja, das kann ja was dauern hier, ne, also 2 Stunden kriegen wir heute voll, ¥ 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 io », auf course, kommen jetzt mal zurück, Boah, Markus, hast du eine scheiße Übertragung, du? Das ist ja Klötzchen. Wann hat Markus so schlechtes Internet? Hallo! Nee, ich will eigentlich nicht mit, nicht träumen. Na, deine ist nicht gut. Also ich hab Klötzchen hier. Ja, jetzt wird es besser. Start dem Fischli mal zurück. Wenn wir aber aus dem allgemeinen Chat rausgehen, dann müssten wir ihn ja hören, oder nicht? Ich habe es dir doch gesagt. Ja, ich weiß ja nicht, ob das... Aber wenn ich diese Party verlasse, dann kommen wir doch gar nicht in eine öffentliche rein, oder? Ich hab jetzt auf Spiel Chat. Fischli? Nein, du musst einfach nur Chat-Audio, Priorität auf Party-Chat, auf Spiel-Chat legen. Ich glaub... Was geht denn jetzt wieder? Du musst doch nur die Priorität ändern. Mach mal einer, bitte, damit... Auf Spiele-Chat. So. Also jetzt hab ich auf Spiele-Chat. Hört mich irgendjemand? Hallo? Hey, eins, zwei, drei. Also irgendwie geht das nicht. Oder musste man irgendwas gedrückt halten, um zu chatten? Hey, eigentlich babbelt doch jeder da rein. Hallo? Huhu? Ja? Ich höre dich. Ja, ich glaube, das sind... Das sind dann Einstellungsklamotten hier wieder. Ich glaub, Dialog-Verstärkung kann das sein? Sag mal wat. Und... Hä... Ich... Hallo? Aber irgendwie Ach so Ja jetzt die Geräuschlautstärke Muss ich ein bisschen runtersetzen Dann höre ich euch So Ja die ist ein bisschen dumpf Das stimmt Na Markus hört sich immer scheiße an Hinten Was ist jetzt Hinten 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 Oh hab wir ein Schwein Wie bist du denn 240 Warst du das letzte Mal auch schon? Fisch Oh meine Fresse Ja der musste näher rangehen Wahrscheinlich Bei einstellungen und audio da steht doch oben geräusche und so weiter Ach du scheiße Habt ihr mir jemand die Die Ja was Was Wer hat das denn gemacht hier? Ja 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 Ihr habt mir das doch erzählt Da ist doch kein Kameramann Bleibt ganz cool Ja 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 das chef da haben wir echt alles ja die karten fehlen deswegen ja du bist doch der chef hier im ring da mach mal neu und dann aufs neustart das ist ja ätzend ja gar nicht markus muss sterben beim starten dieses jobs ist ein fehler aufgetreten und jetzt und was ist das für eine scheiße würde aha aha ja 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 ich bin schon im weg ach so ich würde noch die karten mission starten wenn es jetzt geht Jaja, die brauchen wir noch. Boah, schon eine halbe Stunde gestreamt und nichts ist los hier. Boah, soll ich gar nicht online stellen. Ist doch egal. Ich habe so geschrieben, Chaos oder Quatsch oder sowas. Sehr gut, dann. Der Markus, der versucht jetzt wieder mit allem zu reden, wahrscheinlich. Ja, er hat mir nur geschrieben, dass ich euch jetzt nicht mehr höre. Ich so, ihr seid gar nicht mehr da. Weil dann hat er gerade nur geschrieben, geht hier gerade alles schief. Höh? Gerade finden. Okay. Okay. Okay, da steht ein Auto. Ups. So, jetzt. Ach nee, wir müssen doch eh hier bleiben. Sag mal, Fischli soll zu uns kommen oder lädt er jetzt die Beta? Ich glaube, Beta-Laden ist dann am Ende besser, wie alle in den Chat da gehen, wenn ihr alle irgendwie da rausfliegt. Also, wir haben Patrouillenrouten, die Lieferung und die Sicherheitsinfo. Aber von den Karten stellt ihr nichts. Mach mal ein Bild. War das nicht auf der ersten Seite? Was, auf der ersten Seite? Ich meine ja... Ich meine ja... Aber braucht man nicht noch das EMP? Braucht man das? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du vorhast für einen zu machen. Still und leise. Ich glaube, da brauchen wir noch das EMP. Und ich glaube, die Einsatzanzüge, die brauchen wir auch. Ja, jetzt. Also, das lag nicht an mir. Der hat sie doch. Die Karten. Schlüsselkarten hat er. Wohl. Ja, aber guck mal unten links. Ja, ja. Er kann die Mission doch gar nicht machen, wenn die da unten abgehakt ist. Schlüsselkarten. Aber wo kann die denn das ausführen? Ach da, ja. Genau, stimmt. Unten rechts müssen wir noch. Die Stufe 1 und 2. Und was brauchen wir? 1 und 2. Die besten halt. Aber lad erstmal die Leute ein, bevor du startest. Habe ich. Ich auch. Also ich bin nur noch. Sind alle dabei. Ne, Markus ist nicht. Ne, Markus ist noch nicht bei euch. Äh, typisch. So, warte, dann schalte ich jetzt mal wieder um. Ach, das ist ne. Musste aufs Spielchat die Priorität legen. Fischli. 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 Also den Flo höre ich. Der Flo. Oh mein Gott. Ja. 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 Die 2, da müssen 2 sein. Musste gucken, irgendwo sch... Der 1 und 2. Dale, wir brauchen uns. Ohne... Ohne Marco. Oh, ist der Spielchat schlecht, ey. Meine Fresse. Ja, ja, auf PS3. Da weiß ich noch, wie Chester die dunkle Stimme hatte. Obwohl er dann das erste Mal normal geredet hat. Bist du das? Ja. Nicht uns. Du konntest doch auf der PS3 die Stimmlage verstellen. Okay, hier der Gruppier ist, somewhere in this mess. Just blend in with the... Markus, lass die Waffe stecken. Hier kannst du saufen, Markus, wenn du saufen willst. Damit verringerst du das Untersuchungslevel. Hi. Und dann kannst du saufen. Genau. Lass uns saufen. Du gehst nämlich mit dem Verdächtig wieder zurück. Da? Ja, ja, du sollst da eine Flasche nach der anderen... So, Markus, dann hau rein, dass du die Typen... Ich hab den doofen Typen noch nicht gefunden. Nicht bestimmt hier irgendwo. Nee, auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich sehen. Da ist es gut. Da ist es gut. Ich muss doch noch das Ding erfinden. Mann. Das steht doch noch. Warum hast du denn jetzt die Waffe eingesteckt, du Doof? Du hast den untersucht und der hatte den Pass nicht vorbei. Boah, ey. Hättest du mich einfach alleine gehen lassen sollen. Jetzt hast du doch was. No need to drop that off. Hold on to it for now and we'll use it next time you come back to the planning room. Okay. 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 So. So. Oh, lass mich einfach stehen. Oh, ich lass mich einfach erschießen. Oh, lass mich einfach stehen. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Okay. 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 Das sind so Hobby-Spielerregel. Nach und wieder mit anderen Spielen oder so. Nein, nein, geht nicht mehr. Muss mit Chester wieder einladen? Äh, Chester, ihr, äh. Nein, müsste eigentlich... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du hast einfach scheiß Internet heute und letztes Mal auch schon. Also dein Internet ist scheiße, so hat sich meins angehört, wenn ich da hier mit DSL 1000 rum hier, hast du keinen Speedtest oder so, auf dem Handy. Und Upload? Upload ja schon. Hallo, Fischlieben. Oh, hört sich das toll an hier. Ja, der Chat ist auch zu PS3 Zeiten entwickelt worden. Ach, sorry, bitte. Mit besserer Audioqualität. Das ist ganz cool, dass man den jetzt weitergeben kann. Weil die anderen hätten den, glaube ich, auch nicht bekommen. Die haben doch gar nichts. Die haben sie. Ja. Ich glaube, ich melde mich da immer nur an, so. Ja, du bist immer wieder auf der Website oder so. Ja, manchmal, genau. Manchmal sagen sie doch, hier kannst du dich anmelden. Aber seitdem das Forum ja nicht mehr ist, ist ja eh alles für'n Arsch eigentlich. Ich weiß gar nicht, Microsoft hat ja auch kein Forum mehr, habe ich jetzt gemerkt. Ach so. Ja, Community ist out. Community ist out, ja. Hauptsache, du kannst bezahlen, obwohl die letzte Community Managerin war ja jetzt nicht so der Bringer. Ja. 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 Ja, was? Was? Zehn? Kilobyte? Ja, da solltest du auf jeden Fall keinen Stream anhaben, ne? Oh, bist du doch noch hier in Intermedia? Oder Vodafone? Nein, das ist eine schwache Leistung, ey. Boah, meine kleine Klitsche hier, die gerade mal 20 Leute hat, ist besser wie Vodafone. Ja, mit 1,3 ist natürlich klar, dass... Ja, da hau ich ja auch immer raus. Ha, er leckt voll rum. Auf einmal fliegt er da, dann fliegt er da. Ja, Magus hätte es nicht kündigen dürfen. Ne, die haben deinen Upload beschränkt. Naja. Naja, wir gehen auch schon zu Unity Media, oder? Vodafone, oder wat? Aber es ist ne Fritzbox. Jaja, aber ist das so, sieht das so aus wie die Fritzbox? Jaja, aber das ist, aber wenn die so aussieht wie die Fritzbox, dann ist das eine Fritzbox. Na sei doch froh, dass du nicht, aber sei froh, das ist alles bestimmt besser wie ein Telekom Speedport-Router. Boah, was? Doch. Diese Einstellmöglichkeiten da drin, die waren so gut, dass ich mich einhacken musste, damit ich hier überhaupt mit dem tollen DSL-Hybrid überhaupt Empfang bekam, weil du konntest ja die Frequenz nicht ändern. Nö. Falsches Fahrzeug. Schmeißen doch einfach ab. Markus, willst du nicht Chester den Dinge besorgen lassen? Ja, wir holen uns noch EMP. Das hat geheißen, wir brauchen unbedingt EMP. Na, unbedingt nicht, aber ich denke mal, das ist besser bei still und leise, wenn wir raus wollen. Ich stehe daneben. Puh, ich dachte schon, jetzt stirbt der ab. Mein Heli steht da oben irgendwo. Das kennen wir ja irgendwo her. Das weiß ich noch. Ja, 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 oder mit Ruhe. Du fliegst den tollen Senkrecht-Stator. Auf einmal kurz vor dem Ziel, fupp, ging das Ding nur runter. Das war doch jetzt nicht so schwer. Ja, bleibt ganz cool. Mücke. Was war hinter euch? Boah, ich finde das so nervig, dass hier immer keine Musik an ist in den Dingern, ey. Ich weiß noch nicht, was da heißt, da muss ich mal morgen gucken, ne? Was guckst du morgen? Fährt dein Bus morgen, Markus? Ja, ich weiß noch nicht, was da ist. Wie ist das aufwärtig, Bus? Ja, ich finde dich aber... Ah, okay. Was ist das normal? normaler ping ich glaube ich habe 15 oder so 10 ich mache jetzt neben dem stream doch mal genau mal stream doch mal momentan ist der download etwas langsam da habe ich jetzt nur 20 der upload 10 im moment das ist halt der nachteil am funk je mehr drin sind desto langsamer wird es aber so langsam wie ich so jemals hatte war es bisher noch nicht sag nur isdn geschwindigkeit hast du dich da noch so einwählen müssen ja das wird noch ich fand ja nur die beschreibung von der tollen telekom so toll ja dann sind sie vom mobilfunkmast geflogen weil die auslastung erreicht wurde was will ich denn damit dann da habe ich mich echt noch zwei jahre mit dem scheiß rumgeschlagen das kannst du keinem erzählen was ist passiert marcus ist geflogen ich bin ich bin ausgestiegen und bin dann oben am heli gespawnt und dann war natürlich der roter da so upload habe ich glaube ich 15 zurzeit überhaupt wenn ich jetzt sonst gucke so 50 im download und meistens auch 50 im und 50 im upload gar nichts gar nichts nichts musste meistens immer anrufen gar nicht mir kam aber doch nicht ich habe doch nicht Rippa kann ein Lied davon singen. Ja. Rippa kann ein Rippa kann ein Rippa kann ein Rippa kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da geht es ja. Äh, ja. Ach, da müssen wir doch auf die scheiß Baustelle, ne? Ich bleib mal hier. Ich weiß nur nicht, wie man da unbemerkt reinkommen soll in die scheiß Baustelle. Ach, dann ist jetzt die große Baustelle auch noch. Ich mach das jetzt ganz unauffällig. Du kannst dich in den Weg gehen, wenn du dich nicht bezahlen kannst. Ich habe gesagt, sie nehmen die Exception von jemandem nur überlegen. Mach sie raus, wenn sie nicht. Aber nicht zu einem töten, für Christ's sake. Oh, oder? Du musst einfach jemanden töten. Die Kampen sind auf der Weg. also die sind nicht ganz unten, da müsste die dritte etage sein wo die scheiße ist ich möchte sagen du hast einen ablauf von 13 und der andere sagt 1,5 die sagen doch eh immer alles verschieden oder ist das hier ganz oben sogar schon? die müssten hier unten sein ich hatte jetzt noch keine anzeige von den dingern, normalerweise sind doch da pfeile drauf oder nicht hier ist ein bohrer drin aber ich habe den anderen oder? ja, komm, komm nö, normal nicht ist meiner ja, wir sind auf der Flucht, Markus aber du hast keine wichtigen teile dabei aber du kennst doch, das ist wie bei topgear wenn einer Hilfe braucht, helfen wir ihm nicht ich habe fast einen 10er Upload Internet in der ganzen Welt ist ein bisschen langsam momentan, ne man alle Homeoffice ja ja sondern das全部 ist auf der蓋 zuschauen, und das bin ich. Gute Reichweite, Wippa. Ja, aber ist doch überall so. Ja. Auf jeden Fall kann ich mir die Fehler, die ich hier mache, nachdreckig noch mal anschauen, in der Wiederholung hier. In der Wiederholung. In der Wiederholung. Ja stimmt, solange... Solange speichern geht, normal nicht eben so normal, auf der Playstation. Da kann ich nur 15 Minuten speichern. Nein, du hast es nicht verstanden, weil der ja hier so 5 Sekunden oder so Nachlauf hat, der Stream. Also jetzt bin ich gelandet hier, und jetzt fliege ich da in dem auf dem PC fliege ich jetzt noch. Und noch immer. Jetzt bin ich gelandet auf dem PC. So... Du sollst nicht streamen, du sollst lieber auf dein Internet aufpassen. Du sollst nicht streamen. Du sollst nicht streamen. Das hört sich sofort scheiße an, sobald du irgendwas machst. Jetzt hört sich trotzdem scheiße an. Jetzt hört sich trotzdem wieder scheiße an. äh... äh... Mr. Roboto. Just der letzte ein? Äh... Nö. Nö? Kein Bock mehr? Ähm... Ich war... äh... noch shoppen. Und das geht nicht, wenn ihr in der Mission seid, also... Shopping? Na, im Geschäft nicht. Westen schon, aber... Snacks geht nicht. Nö, ich hab mir irgendwie grad hier schnell was... ein Speedtest rausgesucht von Chip. Vodafone Speedtest... Posture. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Posture. Ha, ha, ha. Die schauen einfach, was du... was du hast. Und was du bist. Und... Warten. Genau. So, ich geh mal in den Laden rein. Ah, Chester hat eingeladen. Panzerung gekauft. Ja, und Planet Nerd hat dich auch nicht gefragt, ob du Geld wieder haben willst. Hat... 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 Hat True? Ja, der hat sich's noch nicht geäußert, oder? Oder hab ich's da nur überlesen? Ah, wird das jetzt schon nachgedruckt bekommen haben, oder? Ja, wer auch? Der schreibt dir ja nicht. Ich hab mir ja auch angeschrieben, warum er das gemacht hat. Und er sagt dir nix. Ja, und? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn Planet Nerd... DE... Der Shop... Der Shop von denen so blöd ist und null Euro da angibt... Also der Vertrag ist immer noch gültig für mich. Wenn ich das mal so sage. Ja. Und in seinem Shop ja auch. Die danken denen da alle, ja. Hast du ja das Bild gesehen. Der kriegt ja nicht so viele. Er kriegt eine digitale, oder? Ja. Irgendwie kriegt er nur ein paar Stück. So, zwei, drei. Der hat sich ja da überall so schön angemeldet. Ja, das finde ich immer noch der Hammer. Wie kann man mit so vielen Jahren, angebliche Erfahrung, so ne Scheiße bauen? Fahre die andere Richtung. und das beste ist der bietet hier kommt so selbst an die es gar nicht gibt offiziell und er hat das einfach von der sache schnell vom großhändler die webseiten sachen da einfach eingestellt und fertig war also mal kommt die beta-teste fahrseil also mal kommt die beta-teste fahrseil die anmeldung scheint vorbei zu sein ich muss mal hören meinen anrufbeantworter vielleicht hat die verbraucherzentrale daher was drauf gewasselt hat sie jetzt noch nicht immer noch nicht angerufen ne heute hat sie mich nicht angerufen deswegen morgen mal meinen ab abhören was da so alles drauf ist vier nachrichten aber trotzdem die habe ich jetzt länger nicht mehr angehört kann ja sein dass die faust ja sei zufrieden damit ja sei zufrieden damit ok da hinten der mond so schön oh man ist wie krank so ich guck ihn mir selber an ihr seid gerade in der mission oder ja gut bitte was geguckt vom reaper ne wohin bei youtube wie soll er das denn gemacht haben wenn er im spiel die ganze zeit ist ne ich hab heute nur den von samstag weiter glaube ich ne ja bei youtube gesehen ja nicht samstag samstag war ich nicht da oder freitag 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 ja fahr nicht zu nah vorne vorbei also ich hatte kein standbild zwei ich fressen ich hin da hin wo auch Rippert hat auch gemeint dass ich die Karten schon habe ja ich hab jetzt nur unten links geguckt das waren aber die Sicherheitspässe ist doch egal mein Öte macht es für mich als Twitch Zuschauer interessanter kann man direkt sehen wie man es nicht machen sollte ha 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 geh doch auf Seite lass mich warte da ach die Sitze ach du scheiße warte geh mal so ich seh den jetzt am Dresen hinterm warte den vorderen siehst du nicht so jetzt sehe ich den vorder die standen aber jetzt echt dämlich ich ach die stehen aber auch dämlich da ne nicht ne naja ihr seht doch an eurem Leben oder ob ihr schwer oder leicht habt so ich nehme den Rechten wer nimmt den Linken ich glaube man kann hier durchschießen meine ich also ich nehme jetzt den Linken also ich nehme jetzt den Linken ja total leise ich nehme mir warte die Tür ist auf ne digestiv bug Das letzte Mal sind wir gleich rein. Scheiße. Wieso lebt der denn? Ich baller den da ein paar mal in den Kopf und der lebt. Wir haben jetzt nämlich rausgefunden eine Kamera darfst du abschießen. Und dann haben wir den Typen eigentlich auch gekillt. Ja das hat ja beim letzten Mal super geklappt. Ja einmal. Aber das war ja Fischli seine Stärke. Ja. 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 Wildlife. Ja. 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 Okay. Wer hat denn noch geschossen hier? Ich bin Mitarbeiter. Ich bin Mitarbeiter. Fischli schafft es immer wieder. Achtung Kamera. Jetzt. Denkt dran, einer kommt von der Treppe hoch. Der war aber nicht laut. Tür auf. Warum war der noch kein Fisch? Was frage ich denn? Mein Gott. Drei Stunden drück ich hier drauf. Ich habe gedacht, dass ich schon wieder drin bin. Geld normalerweise meine ich wäre das Erste gewesen. Nee. Nee, glaube ich nicht. Denk ich auch. Deswegen würde ich das nicht probieren. Ja. 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 Warte. Warte. Lass uns erstmal gucken, wie das unten aussieht. Ja. Warte. Weil wir ja jetzt wieder was anderes haben. Normalerweise stehen die ja nicht so. So. Das letzte Mal ging es recht gut so. Ich nehme erst mal links um die Ecke. Na ja. Na ja. Es ging. So. Jetzt. Stehen wieder zwei da. Der eine steht da hinten. Okay. Moment. Ja. So wie das letzte Mal eigentlich. Lass mich mal raus. Einmal bitte. Lass mich mal raus. Ja. Warte. Aber da kommt. Nein. Na warte. Warte. Fischli. Wir machen das jetzt anders. Ich werde wieder rein kommen. Warte. Machst du? Ja. Ja. Kommt er? Nein. Jetzt. wenn das wieder funktioniert wiederholen wir dann später noch den lassen wir erstmal durchgehen damit der da die typen nicht tot sieht dann renne ich gleich hier aus der türe raus wenn das wieder funktioniert und hau den nieder jetzt bleibt doch mal ganz ruhig markus bleibt doch einfach mal ganz ich bin dran vorbei gelaufen an den typen jetzt kannst du rauskommen ich habe links zählst du ja meiner wackelt auch die ganze zeit bedorf ja ja so jetzt moment links 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 achtung kamera guckt mach den doch erstmal ach du scheiße der guckt in die verkehrte richtung ach bleib cool qué da 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 ist da 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 Mich war der am anvisieren und der guckt mich auf einmal an. Was für ein Wichser. Das war doch gut. Nur weil wir das letzte mal so gut getrainiert haben. Und denkt dann nachher den EMP hier unten anmachen und dann sind wir auch direkt hochgelaufen. Ich bin locked. Weiß ich nicht warum er so langsam läuft, er lief jedenfalls langsam. So ich war noch im Schleichmodus. Wenn ich das andere ansehe, 3248 Zuschauer, ey, da krieg ich ja ne Krise. Und denk dran, früh genug raus. 20 Sekunden ist... Was haben wir denn? Das letzte Mal war Reaper zu spät. Ihr Hacker kann blocken die Sicherheitskensoren während du in der Vault. Aber nur für einen Moment. Wenn der System zu schlauert ist, dann schlägt die Alarm als ein Bail-Safe. Und, äh, habe ich gesagt, dass wenn die Alarm los geht in hier, dann wird es mit Nerve-Agent fliehen? Nein? Okay, ich sage es jetzt. Es gibt ein set von Lockboxen in hier. Drill sie, wenn du Zeit hast. Aber ich kann nicht sagen, dass es alles gut ist. Haben wir denn sonst noch irgendetwas offenes hier? Nein, das ist nicht so. Bei mir ist noch eine Tudor. Ich Audien nur für ihn. Ich habe mir schon gedacht, alle. Ich habe mich nicht mehr schnaufen. So, hier ist Tür auf. EF. Können wir rein. Ja, hilfst du Reaper. Ich mach noch paar Schließwächer. EF. Aber das kann ich noch machen, bis du hier bist. Hm. Ne, 20. Ja. Also, 15 erlauben ich. Letztes Mal hat nicht gereicht. So, ich geh jetzt auch raus. Geh doch raus, Mann! Boah, ey, das kotzt mich an! Ich war doch auch vor dem Gas raus. Ne, war's nicht. Also, bei mir nicht. Bereit? Und wir können hier nicht neu starten, das haben wir jetzt schon gemacht. Nein, dann kommen wir wieder oben hin. Doch, EMP kannste starten, aber bringt nichts. Jetzt kannst du. Und wir können hier nicht mehr loswerden, das haben wir jetzt schon gemacht. Obwohl das letzte Mal eigentlich weniger gebracht hat. War eher hinderlich. Weil die uns gesehen haben und wir sie nicht. Richtig. Was wir eh gesehen wurden. Es hatte nur was gebracht, als wir mit dem Fahrstuhl sind wir hochgefahren. Stimmt. Der Fahrstuhl war eigentlich recht gut dann. Bis auf das, dass ich nicht mitfahren konnte. Und dann sparen wir uns das ganze Treppenhaus. Richtig. Na, gar nicht. Lass ihn weg. Gar nicht. Lass ihn doch einfach weg. Braucht doch keinen Arsch. Ja. Der Schuss. Ich fühle mich gut. Ich wirklich nicht mehr, ich glaube, dass mein Eczema gerade wird. Komm zurück. Ja. Boah, da sind Leute, was ist denn da das? Das letzte Mal standen die Karren so weit weg. Jetzt haben wir einfach andere geschnappt. Ne, wir sind doch direkt in den Tunnel gelaufen. Ja genau, wir sind einfach gelaufen. Ging eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich schon. Einfach durch den ganzen Tunnel durchlaufen. Ja? Ja. Schöner schwarzer Bildschirm hier. Wie läuft's in der Arbeit, Fischli? Wer? Ja. 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 ja schön kein wunder warum bei uns nichts kommt der wartet jetzt auf marcus und der ist aber gar nicht mehr daran geh doch einfach raus hol die autos her oh man das hatten wir auch noch nicht kein fahrer der tour de france hat sich in drei wochen mit corona infiziert man muss mal die gängige doping mit durchsuchen da scheint der richtige wirkstoff dabei zu das ist gut das ist gut lalala hat und auch mal bitte zu erneuert Also ich kann alles machen, was ich möchte. Der Pilzschirm bleibt schwarz. Aber ich habe auch eigentlich nur drei Leute gesehen, die hier am Ausgang waren und nicht vier. Ja, weißt du, Frau Körmann, das wären vier. Ja, ja, vier Leute waren da, aber trotzdem, als wir da zur Tür rausgingen oder an die Tür gingen, waren nur drei. Ich möchte jetzt zum Beispiel rechts einen Ladekreis. Hm. Oh, nu? Kaum, jetzt. Hm. Hm. Ich glaube, Markus müsste das Spiel verlassen und dann könnten wir für das weitermachen. Mach mal, verlass mal das Spiel, das hat ja eh keinen Sinn. Wir können ja eh nichts machen außer Anwendung schließen. Doch, ist es... Doch, jetzt. Fehlgeschlagen. Denn dem ist er ausgestiegen. Ja. Boah. Können wir nichts sagen, glaube ich, starten? Ach ja, stimmt. Na ja, dann würde ich sagen, mach mal beim nächsten Mal, wa? Hm. Das glaube ich jetzt alles nicht. Reparier deinen Server zu... äh, deine Internetleitung. Na, wenn das Spiel halt, äh, äh, andere Daten bekommt, muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum du auf einmal im Casino bist. Weil das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Ja. Auf, auf... of da... Vodafone Seite Ah ok Ah ok Hm Je besser der Ping desto weniger Legs hast du Das ist wie schnell die Pakete rüberflutschen Richtig Ich habe einen Ping von 46 Ist ja schlecht Ja dann lassen wir es da oder? Ja ja Bringt ja eh nix Nachher haben wir den selben Scheiß schon wieder Und dann können wir halt vernünftig machen Also müssen wir alle bei 25 raus Weil 20 war zu knapp Also bei mir ging es gut Ja ja es kommt ja immer drauf an wo du stehst Ja na klar Und bei mir hat er ja natürlich auch nicht direkt das Geld losgelassen Also bin ich da noch fest Ja du musst bei 20 musst du los gehen Ja 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 Boah bei mir wurde Party gefeiert hier Ja geiler Name halt genetics Ja Ich hab da jeden so an hm Wo bist du denn? Er sucht halt Freunde Wisse Wo bist du denn? Kann er zurückschreiben? Kein Interesse. Oh mein. Vielleicht denkt er ja an die Fischli-Snacks. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, hier muss ich echt ne Party abgespielt haben. Meine Fresse, wie sieht das denn hier aus? Scheiße, ich wurde gehackt. Ach, meckes. Ich wusste gar nicht, dass man hier jetzt ein Titelbild auswählen kann. Und wenn du auf dein Profil gehst, neben dem Status, die drei Punkte, kann man sagen, Titelbild ändern. Ach so, ist das das Hintergrundbild von... Ja, ja, natürlich. Ach so. Da steht Titelbild. Na ja. So, meine Freunde, ich bin da mal raus. Man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020